Martin! Martin hätte mich gerade abgeschossen. So, aber, ja, das ist nix hier. Obwohl, guck mal, warte mal, warte mal, warte mal, nee, zu spät. Gut, fliegen wir zurück. Ich glaube, es sind zu viele Leute für eine Kamera. Aber, weißt du was, komm, das könnten wir mal versuchen. Bis jetzt sieht's gut aus. Okay, wir versuchen's. Scheiße. Komm schon, noch einmal so. Ja, 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 jetzt bin ich über der Kante. Ich flieg jetzt noch ein bisschen weiter, um noch, aber jetzt, jetzt tut sich nichts mehr. Oder? Doch, hier noch. Und zurück. Und ich hoffe, dass mir keiner entgegenkommt. So, gut. Dann drehen wir noch mal und gehen in die Thermik rein. So, die versetzt mich jetzt langsam über den Wald, aber das ist okay. Aber es ist nicht so stabil. So, hier kommt Michael. So, hier kommt Michael. Okay, dann versuchen wir es mal jetzt noch mal ein bisschen. Jawoll. Wir fliegen nicht zum Peter. hier, denn es sinkt schon. Michael ist unter mir. Das sieht gut aus. So, dann sind wir jetzt ein bisschen höher. So, es tut sich gerade nichts, also gehe ich näher an den Wald. Ja, ich spüre leichte Thermik, aber... Ja, doch, hier könnte... Naja, hier kommt nichts. Und die Felder rühren sich auch nicht mehr. Das heißt, ich habe einen Nullschieber gerade mal. Gut, wir fliegen zurück. Versuchen wir noch mal zu Michael. Oh, aber Michael fliegt nicht über den Wald. Okay, wir versuchen es näher an den Wald. So, und drehen erst hier. So, und jetzt so schnell wie möglich wieder an die Kante. Aber da werden sie so stark, dass ich selbst mit diesem Schirm kaum vorwärts kann. Schau mal. Ja, also es ist schon, oh, ziemlich schwache Thermik. Und da ist gar nichts. Gut, wir versuchen es mal auf die andere Seite. Boah, da ist jetzt der Punk los. Gut, dann fliegen wir doch hier lang. Ja, ich entscheide mich für die falsche Richtung. Aber rechts ist mir zu viel los. Und hier sind Turbulenzen durch die Schirme, die vor mir fliegen. Boah, fuck! So, jetzt sind wir ganz gut an der Kante. Vielleicht kriege ich kein... Oh, fuck! Nee, das war's. Okay, das war's. Jetzt fliegen wir zurück. Jetzt fliegen wir zurück. Tja, wie komme ich durch diese vielen Schirme durch? Da kommt einer... So, jetzt muss man echt vorsichtig sein, weil jetzt ist es... Okay, jetzt ist es relativ frei. Also stech ich nach innen. Nur hinter mir ist Ernst, das ist nicht schlimm. Okay, das war jetzt sehr gut. Für das erste Mal oben mit dem Schirmschiff. Und Kamera. Danke, das war's. Schrauben die Schrauben der Schrauben